It's Swing Time. Zum dritten Mal lädt die Tanzschule Dieter Keller zu einem ganz besonderen Tanzabend. Denn die ostdeutschen Meisterschaften im West Coast Swing standen auf dem Programm. Und die Tanzwütigen zeigten einmal mehr, dass der West Coast Swing eine ganz besondere Tanzdisziplin ist. Die ostdeutschen Meisterschaften sind natürlich das Highlight im Turnierwesen. Wir können hier nachher verfolgen, wie Partner sich finden auf der Tanzfläche, weil zu dieser Meisterschaft meldet man sich nicht zu zweit an, als Paar quasi, sondern alleine. Und dort bekommt man den Partner dann zugelost, per Zufall quasi. Und das ist immer eine riesen, riesen Aufregung, eine ganz ganz tolle Geschichte, wenn sich da zwei Leute treffen, die vielleicht noch nie in ihrem Leben miteinander getanzt haben. Erfunden in den 40er Jahren in Kalifornien bietet der West Coast Swing dem Tänzer eine Vielzahl von Möglichkeiten, bei der Jury ordentlich Eindruck zu machen. Denn im Gegensatz zu normalen Tänzen stellt der West Coast Swing die Vielfalt des Tanzens in den Mittelpunkt. Also ich denke ganz besonders am West Coast Swing ist, dass es für die Frau eine große Vielfalt bietet an Bewegung, eine große Freiheit bietet. In vielen Standardtänzen kennt man das, da ist die Frau doch sehr eingespannt und darf eigentlich nur folgen. Aber hier gibt es viele, viele Momente, in denen sie sich wirklich selbst entfalten kann und in denen sie einfach selbst mittanzen kann und nicht nur geführt wird. In den Klassen Jack und Jill Einsteiger und Level One sowie im Strictly brachten die Tanzbesessenen das Parkett ordentlich zum Glühen und auch die Stimmung konnte in der Tanzschule Dieter Keller nicht besser sein. Am Ende durften sich drei Paare die Krone als ostdeutsche Meister im West Coast Swing aufsetzen. Wir haben Samstag getroffen bei einer anderen Party und da habe ich gefragt, kannst du da auch? Sie meinte ja, lass mal deinen Tanz zusammen machen, vielleicht kommen wir in die Finale und so ist es auch gekommen. Es war eigentlich sehr schön, hätte vielleicht noch im Level 2, hätte ich gerne noch getanzt, aber wir haben uns amüsiert im Strictly und es war super, es war eine super Stimmung. Erst Aufregung und dann viel, viel Spaß. Auch für den TAF Supervisor Thomas Wagner stellten die diesjährigen ostdeutschen Meisterschaften ein großes Highlight dar. Wunderschöne Turniere, wir haben tolle Tänzer gesehen, wir haben eine sehr schöne, respektvolle Stimmung und einen respektvollen Umgang gesehen. Die Tänzer haben das gezeigt, was wir von West Coast Swing sehen wollen, dieses Spiel miteinander, diese Paarharmonie und das hat sich über alle Turniere, über alle Divisions durchgezogen und wir sind sehr, sehr zufrieden. Die Tänzer haben eine gute Stimmung verbreitet und das Publikum hat wunderbar mitgemacht, also wir sind absolut zufrieden. Wer jetzt also Lust bekommen hat, diese besondere Tanzdisziplin kennenzulernen, der sollte der Tanzschule Dieter Keller einen Besuch abstatten und vielleicht versteckt sich beim ein oder anderen der nächste ostdeutsche Meister im West Coast Swing.